Ich bin mal ganz was hier. Ich packe mal ganz kurz meinen Paarer hier. Warte doch auf den Rest. Ja, ich packe hier noch. Hallo Rafi. Hey Rafi. Juhu. Hallo. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin immer noch nicht tot. Mein Gott, nur mal. Jetzt aber. Ein hunderter Endgegner, also wirklich. Leck. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. So fröhlich. Machen wir mal so eine schöne Paarer-Aufreihung hier am Eingang. Wir sind gleich da. Also Dexi. Nein. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Nein. Komm mal hier. Komm runter, lieber. Komm mal hier, mein Lieber. Wir müssen uns da mal unterhalten. Behalt den Knüppel für dich selber. Mach den schönen Abend. Komm mal her. Oh mein Paradox, der läuft mir hinterher. Der tritt tritt. Der tritt tritt. Der tritt tritt. Der tritt. Der tritt. Der tritt. Der tritt. Ich zeig dir den Hintern. Wir sind auch da. Gleich. Fluffy, Lixi. Lissi, nicht Lixi. Lissi, sorry. Dankeschön. Gut Abend. Fluffy, Lixi. Lixi. Lixi, Wixi, Sixi. Wixi. Übrigens, Wixi habe ich schon lange nicht mehr gehört. Echt? Ja. Ich mach mal folgendes, Leute. Ich mach mal meine Kamera. Ich will mich mal ein bisschen gemütlicher setzen jetzt. Ich mach mal die Kamera. Ein bisschen. Ich sitz so gut. Ich sitz hier so halb hingelegt. Alle sind da. Und Dex muss auch noch ein paar, keine Ahnung, Bilder drauf machen oder so. Kannst du dich machen? Na, ich haut. So. Du klickst komisch. Was machst du da? Ich? Der stellt seine Kamera ein. Ich lieg hier so halb. Ich will mich jetzt hier ein bisschen gemütlich hinlegen. Hallo, Lilly. Guten Abend. Ja, ich bin immer müde. Ich bin immer müde. Oh, ich seh da was ganz cooles. Ich darf nicht so weit gehen. Survivor Cent klingt sehr interessant. Was ist das? Sechs, können wir los? Können wir los, bitte. Ich seh was hinterher. Jetzt, Sechs, komm schon. Wir sind neugierig. Beweg dich. Ich wach die ganze Zeit auf euch. Und jetzt lauft ihr los und sagt, ich bin nicht da. Wir warten auf dich, bis du dich gemütlich hingesetzt hast. Wir sind hier richtig. Oh. Oh, das sieht ja cool aus. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Das ist ein Rumpa. Das ist ein Mensch. Ich höre dir ihn. Ich höre dir ihn. Ach so. Wir essen doch sowieso Menschen. Also ist das doch okay. Wow. Ein Dominik. Hier ist eine Rune. Sieht ja mal hübsch aus. Auch die sind... Sieht da irgendwas an den Tafeln? Zwei von 200. Hier geht's nach Asgard. Wir haben ein Anki geschenkt bekommen. Keine Geschenke. Danke trotzdem. Welchen Gebiet ist es pink? Ist es bei Asgard oder ist es bei dem anderen? Also ich würde nicht ins Eisgebiet gehen, weil ich habe das Gefühl, sobald wir da reingehen, sind wir sofort tot. Ja, das ist das von letztes Mal, kannst du dich... Warst du da damals? Ja, daran erinnere ich mich und ich weiß, dass wir sehr gefroren haben. Und es ist hier bei Tiger Eye. Wollen wir nicht lieber Betten machen? War nacheim. Ja, stimmt. Ich gehe mal raus und mache das Betten. Mach das. Also ich würde... Sie können auch da Grüne gehen und da mal umdrehen. Hä? Das sieht so freundlich aus. Äh... Gerne. Äh... In den Paral... Du musst ganz raus, oder? Einfach in den Paral reinschauen. Okay, mache ich. Das liegt nicht am Alter, du, das brauche ich auch. Ich habe sogar einen Hocker unterm Schreibtisch stehen, damit ich mich bequemme hinsetzen kann. Da steht er mit Paradies. Vielleicht ist es doch Asgard. Weil das Pinke ist doch eher Paradies, oder nicht? Lass uns erst ins Grüne, dann ins Gelbe und dann ins Blaue. Shirox, danke schön. Aber erst, wenn die Betten gemacht sind. Ja, ja, ja. Ich renne raus, ich mache... Uh, die Runen geben ja einen ganz kräftig. XP, ja. Nice. Ich rufe drum heim. Ich rufe drum heim. Mit dem Blümchen hier drin. Voll schön. Alles da, Funky. Ich war nach heim. Krieg ihn. Oh, man kann gar nicht durch die Tür direkt durchlaufen. Das ist ja witzig gewesen. Einfach so. Hast du dich echt getraut? Ich habe es nicht versucht. Ja, ich dachte... Wenn ich es tue, wundert es keinen. Das stimmt. Mein Terminal, terminal. Ich bin drauf gelatscht. Hier von Tayschens erstmal. Beeil dich, die prügeln sich schon alle. Ja, bin dabei. Ich muss nur ein bisschen weiter weg, weil sonst... Mein ich nicht. Ach, ich... Ich bin... Das ist... Ach, ich... Ich bin... Die geht dazwischen. Nee, doch nicht. Sie greifen mit an. Ja, hey, das ist ... 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 Holt mal die Knüppel raus. Lady. IMAIN! Ja, hey, das ist ... Ja, hey, das ist kaputtmach! Meine Rüstung! Meine ... Kannst du meine Wohle wegmachen? Mach ich die? Warte ... Was machst du denn, Kim? Ja, danke. Warte, ich mach deine weg. Dankeschön. 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 Musst dich beeilen, Stone. Ja, ich mach ... Es dauert, dass Kraften dauert ... So, mach mal ja auch ... Ich hab keine Zeit. Ach so, die Schornes können sie ja weiter. Das ist ja kein Problem. Der Fortschritt ... Wir müssen den Fortschritt begehen. Oh ... Brauchst du da jetzt echt noch Wände? Ist das jetzt dein Ernst? Nebenbei. Ey, die Betten sollen ja nicht direkt kaputt gemacht werden. So, jetzt mach hin! Sonst ist Decks hier wirklich gleich noch bewusstlos, wenn ich ihn kriege. Und tot. Und das wär beide schlecht. Tod machen will ich ihn ja nicht. Ich bin ja nur betäubt. Ich hab noch Betten da, ist doch egal, wenn du dann stirbst. Ja, aber das dauert auch wieder Zeit. Dann muss er wieder hinlaufen, seine Sachen holen. Julia ist doch ungeduldig. Jaaa. Ja, aber dadurch werde ich nicht schneller. Ja doch, beweg dich. Wenn ich dann irgendwann zu dir rüberkomme und deinen Charakter anfängt zu steuern, dann ... Oho, mein Sklub ist kaputt. Nein. Ich hab noch vier Stück, willst du halten? Ja, du musst mal hin. Ach, er hat sie nicht noch gewechselt, Mann. Warum wechselt ihr den blöden Knüppel nicht? Hahahaha. Mach was da, oh Mann. schweller ist zurück. Ich bin bekloppt, bitte. Ich hab' kein Ausdauermär. Das zählt nicht. Boah. Boah. Hab dich zu hoch. ich hab sogar Dings, ich hab sogar Resistenz hm Jax, die Ochidee Kann jemand bei ihm, Jax, Brodan? Uäh! Bewegung! Jetzt müssen wir warten, bis ich wieder wach werde, Jax Ah! In der Hülle gibt's Wasser, ok Das zählt nicht! Ich spiel nicht mehr mit euch Wo ist Tiger? Tiger! Das ist hübscher Männer-Mopping Ich guck in den Chat, den sich zu beudern, dass sie Ihr habt die Hand vordreht, was habt ihr gemacht? Wie weit bist du denn jetzt, Don? Fertig Alter, der hat eine Werkbank gebaut Ja, das ist für die größte Turen Und du? Zeitverschwender Ja, nix Zeitverschwendung, Ordnung Zeitverschwender Die Betten sollen ja nicht kaputt gehen, wenn du spawnst und Alpha Raptor kommst Deswegen brauchen wir eine Werkbank Hier, die Werkbank werden die Sachen hergestellt Die Touchsachen, ganz normale Atlas-Werkbank Nein, ich hab nichts getan, das war aus Versehen Feiger Ich glaub ich schieße jeden, der Nervel hat jetzt einen Pfeil entkauft Und dann können wir nochmal warten Einmal mal wägen Ich kann die Knüppel mehr, zählt nicht Du hast mir meine aufgeklaut Ja komm Hör los Ja, sie sollen nochmal zurück gehen Ja Sekunde Ey War der Falsche Scheiße Ey, hier fährt mein Grab wieder Oh, wir können Wir können Ihr könnt doch los Sechser Ehrlich, nein Ich will mein Grab wieder haben Hallo 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 Nein Jetzt geht es nicht Ja Was macht ihr? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Stol, was machst du denn hier? Sechser hat mich vermustlos geschlagen Ich kann mich nicht bewegen Ich kann mich nicht bewegen Oh, ich die Idee, komm mal raus Du weißt gar nicht, was die hier wollen Ich hab das angemacht Also ich weiß nicht was du wollen Ich nehm die mal mit, genau ich nehm die auch mal mit hier Ich wär nur am beschweren Und dann gehts los Und dann Troll, du Was für Troll? Ich bin hier zu lange gebraucht Gib los rein Können wir jetzt einfach losgehen? Es sind die alle wichtigen da Hallo? Achso Ich wär auch so wild Kim hat mich Kim hat mich reingeschlagen jetzt mal Du hast gestartet und aufgeschlagen Tiger Eye fehlt Warte, warte Warte Kim Hol Tiger Eye Danke Los jetzt aufwachen Meine Pfeile Achso, die hast du ja gesteckt Äh, wo sind die? Da Mit meinen Bären Ja Tiger, wie lange brauchst du noch? Jetzt Danke Dex, willst du starten? Macht, macht, macht ihr ruhig Schlimm mit denen Ups, das war der falsche Ich will nicht zu dem anderen Server Ha Ach, man kann sogar mit Tieren rüber Entscheiden? Ja Cool Wir machen gerade nicht zum nächsten Kreis Ich denke Da ist übrigens einer von Die Teleportiert sich von hier aus wieder zurück Das heißt, kannst du aus dem Wenn die hier eher Teleportiert werden sind Gleich müssen wir uns sehr zurück Die Teleportiert Da steht doch nichts, das ist so laut Wir wissen, was du meinst Ich will lachen Und ja, es wird gegen... Schnell raus da Es geht gerade wirklich Ja, wir sind alle im Ladebegriff Wir sind alle wieder zurück Was? Was? Mann, was hast du gemacht, Stone? Was war das denn? Hä? Jemand hat dich gleichzeitig zurückgeportet Nein Doch Nein Was war das denn? Wir waren... Weil wir dahin geportet sind Waren wir in der Bubble von ihm zurück zu porten Nein Oh mein Gott Cool Das ist so gut Aber das ist lustig Wer war das denn gerade? Wer war das denn gerade? Irgendjemand mit weißen Haaren? Blattwolf oder so ähnlich Blattwolf Wie hieß der? Wer war die Masse gerade? Also ähnlich Ja Danke Das sieht aber schön aus hier Ich soll doch mal eine Teleportiert machen zu euch Komm mehr Sekunde Ich komm mal wieder zu euch Ich muss aber ganz ehrlich sagen Die Entwickler haben sich Mühe gegeben Sieht genauso aus wie auf der anderen Seite Wow Das ist Spiegelwelt Ich seh mal voll wie wärs rausgelaufen Denkst du Ja Doch Äh Ja Guck mal da baut sogar jemand auf der gleichen Stelle wo wir sind Ja Fretchen Gute Nacht Ihr könnt auf diesem Spiel auf dem Server mitspielen Fluffy Einfach ausrufen auf Discord Ab in unser Discord und dann dort alle Informationen holen Kaffee Kaffeezauber, Hallöchen Oh 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 ja Ab in die Blümchen hier Ja Alles meins Guckt euch den mir hier an Guckt mal hier bitte Guckt euch den mir an Der Peter Pinguin Oh wow Peter Pinguin Rutscht Die Bäume sind schön Ich fühl mich grad wie ne Ameise Irgendwie ja alles so klein ne Äh Also wir sind so klein im Gegensatz Ja Dann mal los Auf auf und verderben Einfach pinke Gebiets Da hast du ne pinke Blume Warum sind wir eigentlich hier? Weil die Karte ein bisschen schattenarm ist Wunderschön Irgendwie keine Schatten hier ne? Sie haben den Wasserfall gesehen nä doch Wo seid ihr? Nein Weg runter 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 sind die steine hier was besonderes also so wie es wenn man jetzt nach oben und guckt sind wir in so einer art kleinem loch drinnen oder nicht die bäume machen der oben rechts ist normaler stein unter dem großen see siehst du das auf mich ich finde dass die ich finde die bäume ziemlich klein hier auf dem server sollten ein bisschen größer sein wo dann seid ihr geradeaus runtergelaufen ich habe keine ahnung wo die sind ich bin hinter dir wie du bist hinter mir ich wusste ich wusste dringend was trinken du brauchst nicht das ganze sehr weg saufen ich mag das gebiet gar nicht wir gehen wieder raus wo muss ich hin da ist in richtung sarko diese julia kennt das nicht dieser weg wird kein leichter sein dieser weg wird steinig und schwer so ist das doch hier guck mal hier über steine ist wahrscheinlich sinnvoll die mitzunehmen oder dass der 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 iguanodon hat gerade den 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 dingswurms einfach niedergemetzelt den kapo sukos und den anderen mache ich jetzt platt ich kämpfe gegen den die das mindos die 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 flieber maus interessieren mich tatsächlich auch sehr ja ich bin auch so eine feder maus was kämpft da hinten im hintergrund ja schwein gegen aber der braucht hilfe der ding ist kaputt schlecht ich habe mich mitgebracht ich war idiot aber ich musste ja wohin also ich kann nur empfehlen zu sterben weil danach habt ihr ein paar kommt der schwein schwein julia lauf also gegen schwein kommen auch unsere paras nicht an ne du schwein ich habe das gefühl hat jetzt mehrfach ihr leben regeneriert ich habe das tatsächlich auch schon gehabt das tier total blutig frisst irgendwas komplett wieder gesund also zumindest komplett unblutig nein 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 tschüss Dex war schön dich gekannt zu haben scheiße ich bin auf so eine wand gelaufen oh jetzt 150 ist der brauchst du hilfe storm ich glaube wir haben kein bett mehr frei ne warte ich kann mal gucken ne ist kein bett mehr frei ne ich habe aber auch nur zwei angezeigt bekommen in eine minute und fünf sekunden ist alles frei warte mal ich kann vielleicht noch eins bauen aber ich muss erst Dex klick da mal drauf ne ne geht nicht ne geht tatsächlich nicht ok äh guck mal in das midi da habe ich ein paar sachen eingelegt ja aber da ist kein Leder ähm ich bringe Leder mit ich glaube aber es gibt keine blutztalker auf dieser karte oder die wird es noch ich weiß es auch nicht gibt ja nicht mal rocktracks auf Valgoero gibt es rocktracks hier die Kim wieder mit ihrem blutztalker ja die sind cool die wieder aber mit den Bäumen da ist schon cool dann mit den Spinnennudeln ich meine zu welchem Charakter äußerlich würde ein blutztalker besser passen als zu mir ja du bist auch eine Spinnennudel genau in 23 Sekunden ist das Bett fertig sonst äh gib mir mal das Leder dann mach ich nochmal eins kann auch noch welche herstellen kackt er jetzt nicht hier hin Überlegung so da sind Tapeten Dex da läuft ne Tapete aufm Boden ja das kann nicht sein das ist ein Fehler vom Spiel ja ah da baut schon niemand den Gebiet hier dass du deswegen eigentlich immer noch ähm jetzt müsstest du Betten angezeigt bekommen ja weißt du Stone ist wieder so der einzigste der chillt da unten mit seinem Paar herum hat keine Probleme und wir alle anderen tun äh Kim auch achso ich chill auch ich chill auch wir chillen hier äh na doch bis zu uns sehr gut ach guck mal hier ist ne Leiche ich lauf raus und ich sehn nackige Frauen hier unten oder ist es noch unpinkig genug ich bin im Paradies in der Trailer war da alles pink ich will dieses knallpinkiges Gebiet haben und noch nicht so schwer sein ich dachte ich wäre im Paradies gerade ich erwache komme aus der Tür raus und was sehe ich? zwei nackte Frauen vor der Tür da unten sind glaube ich pinke Bäume ja aber dich so mein Paar lasse ich hier stehen ihr habt den Trailer nicht gesehen oder was? das war komplett doch aber auf das pinke Gebiet habe ich nicht geachtet das das war ich das das pinke Gebiet haben wir das pinke Gebiet haben wir versucht zu ignorieren wir machen heute erst Schluss wenn wir dieses Gebiet gefunden haben ja ne klar ja wenn du für mich morgen arbeitest ja gerne aber aber Julia ihr seid ja schon seit so langer Zeit zusammen jetzt möchtest du wenn du das pinke Gebiet hast mit dem Stone einfach so Schluss machen ja so ja 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 ich wohne dann hier ja warte auf mich mach schnell mach schnell sie kommen schnell schnell Mann ich habe ja nichts gesagt ja 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 ich rede mit meiner mit meiner zweiten Persönlichkeit ach so nur zwei also ganz ehrlich ich nehme mal para nicht mit mein armes parafine also hier sind pinke Bäume ne meiner ist level 38 ich glaube das bringt nichts ja dann stehe ich meinen schneller also wenn das hier das pinke Gebiet ist dann ist das nicht die schlecht aber ich weiß es ist nicht das pinke Gebiet Kaffeezau dann fangen wir jetzt eigentlich zum blauen Held ich will erst mein Zeug holen okay dann holen wir unsere Sachen und dann gehen wir zum äh anderen Gebiet habt ihr die Teleporter Funktion mit der R Taste ausgeschaltet welche R Taste wie geht das äh wie geht das kaffeezauber was meinst du du musst öffnen und dann auf dieses Portal drauf klicken mit e wie geht das w Vielen Dank.